So, das war der letzte Drache. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben die Viecher innerhalb von 30 Minuten gegrillt. Kannst du mal sehen. Kann ich jetzt bitte mein Platin haben? Was macht ihr denn da? Ach, schau mal einen an. Wie ist denn das? Ach, nur so ein dummes Arschloch. Ihr könnt doch nicht einfach die Drachen erschießen. Natürlich können wir das. Wir wollten die Drachen loswerden. Jetzt sind wir sie los. Wo ist das Problem? Ich wollte ihre magische Energie in mich aufnehmen. Pech gehabt, würde ich sagen. Soll ich den Typen auch auflösen? Ach was, der ist harmlos. Gut, das hätte auch hart gegen die erste Direktive verstoßen. Also noch mehr, als ich die sowieso schon verletzt habe. Damit werdet ihr nicht durchkommen. Ich werde mich reichen. Ist ja gut. Hau endlich ab.